Die Let's Dance-Fans lieben Anna Ermakova. Dass es deshalb durchaus gefährlich für die Bäcker-Tochter werden kann, zeigte sich jetzt beim ZDF-Fernsegarten. ZDF-Fernsegarten. Sorge um Anna Ermakovas Sicherheit. Anna Ermakova, 23, hat sich bei Let's Dance nicht nur auf Platz 1 getanzt, sondern auch in die Herzen der Zuschauer. Die Freude war deshalb riesig, als bekannt gegeben wurde, dass die Bäcker-Tochter zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 36, beim ZDF-Fernsegarten auftreten wird. Das Siegerpaar der RTL-Tanzshow hatte die Ehre, die Musikshow zu eröffnen. Nachdem die beiden einen Tango aufs Parkett gelegt hatten, gaben sie später in der Sendung dann noch einen Paso Dobel zum Besten. Auch beim ZDF-Fernsegarten wurde deutlich, wie beliebt Anna ist. Das Publikum auf dem Mainzer Lerchenberg war selten so begeistert von einem Gast wie von ihr. Nachdem Anna und Valentin sich nach ihrer zweiten Performance verabschiedet hatten, mussten sogar Sicherheitsleute eingreifen. Der Grund, als die 23-Jährige und ihr Tanzpartner zurück ins Backstage wollten, wurden sie so sehr von den Zuschauern bedrängt, dass kein Durchkommen war. Die Security musste einschreiten und brachte Anna und Valentin in Sicherheit. Krass! Andrea Kiewel. Misslungennes-Fernsegarten-Interview mit Anna Ermakova. Anna Ermakovas Fernsegarten-Auftritt sorgt aber nicht nur wegen der tumultartigen Szenen für Schlagzeilen. Es ist vor allem das Interview mit Moderatorin Andrea Kiewel, das den Zuschauern Gesprächsstoff bietet. Die 57-Jährige hielt das Interview in einem ungewöhnlichen Mix aus Deutsch und Englisch, wechselte immer wieder willkürlich zwischen beiden Sprachen hin und her, ohne die englischen Passagen wie gewöhnlich zu übersetzen. Sowohl die Zuschauer als auch Anna selbst wirkten irritiert. Als Kiewy sich am Ende dann mit einem französischen Merci von dem Let's Dance-Paar verabschiedete, war die Verwirrung perfekt. Ob Andrea Kiewel einfach zu nervös war? Zuvor hatte sie sich als Riesen-Fan von Anna Ermakova geoutet. Selten hat mich ein Gast so berührt wie sie. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist, so die Moderatorin gleich zu Beginn der Show. Zum Abschied brachte Kiewy dann noch einmal ihre Bewunderung für die Becker-Tochter zum Ausdruck. Ist das nicht eine tolle Frau? fragte sie ihr Publikum strahlend. Die kurz darauf folgenden Szenen, in denen Anna wie ein Popstar gefeiert wurde, lieferten wohl eine mehr als deutliche Antwort. nach Habola Nach Nach Na